Pietro Lombardi und seine Ex Sarah Engels liefern sich erneut einen Rosenkrieg. Hauptgrund? Sohn Alessio. Jetzt mischt sich Sarahs Ehemann ein. Es gibt wieder Streit im Hause Lombardi. Pietro, 32, ist gerade mit seinem Sohn Alessio, 9, aus der Ehe mit Sarah Engels, 31, auf Mallorca. Sie tourt derweil mit ihrem neuen Mann Julian, 31, und der gemeinsamen Tochter Solia, 2, durch Japan. Doch auf Instagram gibt's plötzlich Zoff. Zwar konnte Pietro Lombardis schwangere Verlobte Laura Maria Rüpper, 28, nicht mit nach Mallorca kommen. Dennoch genießen der Sänger und der Neunjährige ihren Urlaub auf der Trauminsel. Zumindest sah es zunächst so aus. Am Sonntagmittag postet der DSDS-Star eine Reihe von Videos, in denen er gegen seine Ex Sarah schießt. Immer, wenn bei uns schöne Dinge im Leben passieren, bist du negativ, wettert er in seiner Instagram-Story. Auslöser für seine Schimpftirade waren einige Fanfragen, die Sarah in ihrer Fragerunde erhielt. So wollten User wissen, warum ihr Sohn nicht mit in den Japan-Urlaub gekommen sei. Auch böse Kommentare, dass Alessio mit sechs fremden Männern am Ballermann gewesen sei, erreichen sie. Doch statt die Gemüter in den sozialen Medien zu beruhigen, gießt sie weiter Öl ins Feuer, es gibt in meinem Leben Bereiche, die für mich aus guten Gründen nicht an die Öffentlichkeit gehören und daher von mir bewusst rausgehalten werden. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich hier zum Schutz meiner Familie handeln möchte. Pietro ist stinksauer und holt zum Gegenschlag aus. Der Sänger ist aus beruflichen Gründen auf Mallorca. Er hat einen Auftritt im Megapark. Seinen Sohn hat er in den Sommerferien einfach mitgenommen. Sarahs Äußerungen bringen ihn trotzdem zum Kochen. Du würdest über Leichen gehen, um mir zu schaden. Du hast es, wenn Alessio hier ist. Und das ist ein Fakt. Alessio erzählt mir mehr, als du denkst, schimpft er. Ein besonders pikanter Vorwurf, Sarah wünscht sich, dass ihr Sohnemann ihren neuen Partner Julian mit Papi anspricht. Am liebsten würdest du wollen, dass Alessio Julian als Vater sieht. Alessio erzählt mir auch, dass er ihn Papi nennen muss, heißt es in seiner Story. Ich habe dich sieben Jahre lang in den Urlaub gelassen, ohne dich anzugreifen. Und jetzt bin ich einmal hier und du stellst sowas ins Internet. Nach Pietrus Wutausbruch scheint sich auch der 31-Jährige zu Wort melden zu wollen. Du kannst wirklich froh sein, dass wir immer zu allem unseren Mund halten und du somit in deiner falschen Welt im guten Licht strahlen kannst, verteidigt er sich und seine Frau. Du bist immer und ohne Frage der Vater für ihn. Niemand will dir das wegnehmen, betont er. Der 9-Jährige würde ihn nicht Papi nennen, sondern bei seinem richtigen Namen. 4-Jährige 6-Jährige 7-Jährige